Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hallo So Justin, wie immer mit am Start So Genau, immer noch an diesem Riesenpool des Zinders Das wäre mit Sicherheit noch 10 Folgen mindestens Krass, ne? Kommst du dann irgendwann mal auch wieder nach Hause, oder? Ja, ich bin noch gerade dabei, diesen Mutantenbau Genau So, es ist tatsächlich das hier mal ein bisschen tiefer Das heißt, dann können wir jetzt hier tatsächlich den hier machen Was? Aber tatsächlich nur bis hier Damit ich ganz gern ab hier mit dem Pool anfange Zack, zack, zack Zack, zack Genau, dann würde ich tatsächlich ganz gern hier mit dem Pool anfangen Was brauchen wir jetzt wieder Treppen, ne? Verdammt der Axt Toll Ach ja Genau, um Kleidemachen Umkleidemachen Ja, ne? Ja, ist vielleicht kein Fehler so 10 so machen wir mal 40 Treppen haben wir jetzt ich denke die dürfen als Poolanstieg reichen ne richtige Treppe in Pool ne oder 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 wie meinst du das jo warte ich komm jetzt auch mal wieder alles klar ich bin mir gerade mal kurz helfen es wird nämlich auch dunkel das kann ich gut genau tatsächlich runter das war aber kann da und dessen Wesen Alter ich bin da mit dem Fuß an irgendwas und ich dachte gerade scheiße das war gewesen toll das ist das schön so das ist nur die Frage wie komme ich wieder hoch hallo ja jemand zu Hause ne wo bist denn du ich bin gerade Rotkäppchen suchen so so bis jetzt unten oder ich bin jetzt wenn du da hinten wenn du die Schafsdings einfach weiterläuft ah ah vielleicht so die Breite oder wollt schon oder wird schon breiter haben den Pool oder ne schon das reicht schon wie gesagt ach stimmt da muss halt auch noch noch Wasser rein jede Menge ja die unendliche Quelle funktioniert nicht mehr ne ne haben sie rausgepatcht und dann müssen wie stimmt wir müssen ja dann auch noch alles tief machen oder drei Blöcke würden drei Blöcke tief reichen warte ich kann mal gucken weil dann sind das jetzt auf der Höhe wo ich jetzt bin das sind jetzt zwei Blöcke wenn du aber noch eins runter dann sind es drei Blöcke ja einen würde ich noch runter also drei ja okay okay dann machen wir das gerade noch kurz du bist gefangen so ne ich mach mal gleich wieder ne Treppe ich hab mir noch ein bisschen Treppen im Inventar so so genau tatsächlich noch ein bisschen weiter nach hinten ne das ist ja alles relativ sonst ist es ja kein richtiger Swimmingpool das ist ja ein Planschbecken so huch so machen wir den hier den hier was ach so jetzt muss ich dass er wieder abbauen zauber und was denn ne ich überleg grad wie ich das jetzt hier machen in den weiteren Metagen mit dem Holz und so ach so wir haben keine Ahnung altert dass die Decke hier einfach mal ne also wie gesagt es gibt noch ordentlich Arbeit ja es gibt aber die CCC schon na um wo ist jetzt hier die Fackel hier so wo ist jetzt hier die Fackel hier ne weißt du was hier ist es hier so was was aber wenn man überlegt ich höre Lava Lava ich höre Lava ja dann machen wir halt ein heißen Pool äh die Lava ist ein entweder jetzt das ist der das ist wo bist du aber da kommt er zu der Ausstattung ausgestattet heute ist ein steiner ich übelst lang dran gibt wurde und dann denke ich das ist das und aber auch mit der Ausaltungen ich habe ich wie er jagt wir brauchen packen alle Baustelle ich weiß nicht alles alt durch alles durcheinander n so so der hat sich verarschen tatsächlich noch mal die achs kaputt gegangen den hier und so 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 nee wir machen tatsächlich wieder Eisen Eisen hält länger als Stein ist das richtig? ja ne? ja so 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 ok da hab ich kein Brot mehr wir brauchen halt unbedingt wieder tatsächlich doch wieder Nahrung hm äh ich habe auch äh Fleisch ja ok gut ich hab mir jetzt gerade noch mal zwei Brote rinnen gehauen ich denke das passt hat sich ja total gelohnt die hier hinzusetzen tatsächlich ich brauch die eigentlich eher weiter hier hinten also wie vorsichtig ich jetzt einfach mal beim buddeln bin hm zumal ich hier übrigens auch gar nichts sehe ah hier bin ich ah hier bin ich perfekt abgeschätzt siehst du das ist können ne? so weis so tatsächlich dürfte diese Länge reichen als Pooljahr ne? warte ich kann mal gleich gucken ich denke ich denke ja ich denke das dürfte tatsächlich reichen als Länge so ich bin fertig mit der Holzauskleidung gut ich guck's mir gleich an ah hier ist tatsächlich noch Dings nach einem Kohle hallo warte wenn jetzt da müsste dann eigentlich gleich was kommen ah da bist du ja da da alter dürfte das reichen oder reicht es oder willst du noch ein bisschen länger nach hinten ne ich glaube das reicht schon da ist noch kein Wasser drin ja wir haben ja genug was da oben genug Wasser ja ja genug wir haben genug Wasser oben Tatsache aber kannst du mir ja mal helfen beim Pool? ja dann geht's auch ein bisschen schneller wir brauchen halt noch Treppen du kannst grad noch Treppen bauen wenn du willst ja brauchen wir für die Verkleidung aber was war das für Viecher was war das Schnecken? war das Igel oder was war das? nein das waren ähm so ich glaub der ist ein Steinfisch oder so ähnlich ich weiß aber nicht mehr Steinfisch ah ja die beißen sich durch alles durch ne genau kenn ich so ne ich kenne die Fische ich kenne nicht dass ich das Problem kann wenn sich jemand durch alles durchbeißt ich ja genau ja so so ich komme perfekt tatsächlich ist das jetzt schon die dritte Achse oder Höh! die ich jetzt hier lasse weil reinfallen sollte man halt nach Möglichkeit nicht halt halt genau jetzt geht's hier weiter perfekt so huch ähm Alter oh Eisen schon wieder Eisen schon wieder Eisen schon wieder Eisen oh aber die Lava scheint noch relativ nah zu sein sollen wir die Lavaquelle irgendwie ausschalten? wenn wir sie finden müssten wir uns reintrittisch nur in die Richtung buddeln aus der das Geräusch kommt ich denk da finden wir dann am schnellsten die Lavaquelle oder? na so und es wird leider wieder Zeit für den Abschied genau Ciao bis zur nächsten Folge tschüss